Eines Tages wurde der Philosoph Sokrates von einem Mann besucht. Hör zu, sagte der Mann. Ich will dir mal was über das Benehmen deines Freundes erzählen. Halt ein, forderte Sokrates. Halt ein, forderte Sokrates. Ob die Geschichte wahr ist, weiß ich nicht, sagte der Mann. Ich habe diese Geschichte selbst ja nur gehört. Aber ich nehme doch an, dass du deine Geschichte durch das Sieb der Güte hast gehen lassen, fuhr Sokrates fort. Die Geschichte, die du mir erzählen wirst, ist doch eine gute Sache, oder? Aber nein, im Gegenteil, rief der Mann. Aha, bemerkte der Philosoph. Kommen wir wenigstens zum dritten Sieb. Hat die Geschichte, die du mir erzählen willst, denn einen Nutzen? Nutzen? Nicht unbedingt, überlegte der Mann. Dann will ich diese Geschichte auch gar nicht hören. Wenn das, was du mir erzählen wirst, weder wahr noch gut ist, noch nicht einmal einen Nutzen hat, rate ich dir, es am besten gleich selbst wieder zu vergessen. Willkommen zurück in der siebten Staffel meines Podcasts Burnout und der Leichtigkeit des Seins. Ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und heute habe ich dir einen ganz unangenehmen Typen mitgebracht, über den wir dringend reden müssen. Wahrscheinlich hast du ihn bereits das eine oder andere Mal schon getroffen. Vielleicht sogar ohne, dass es dir überhaupt bewusst war. Wir haben uns in diversen Folgen ja schon an das Thema toxische Menschen herangetastet. Und du weißt vom letzten Mal noch, dass es gerade für Betroffene von Burnout ganz wichtig ist, einen guten Riecher für diese Energieräuber zu haben. Und heute schärfen wir mithilfe von sieben Merkmalen deinen Röntgenblick für eine der zwei toxischsten Persönlichkeiten, die es überhaupt gibt. Damit du so jemanden zukünftig direkt in den Wind schießen kannst, wenn er dir begegnet, bevor er anfängt, dir nach und nach alle Lebensenergie und Lebensfreude auszusaugen. Es gibt toxische Personen, die ihre Giftigkeit ganz offen zur Schau tragen und es gibt welche, die sie verdeckt einsetzen und alles tun, um ihre wahre, hochgradig toxische Identität zu verschleiern. Im Extremfall bezeichnet man beide dieser Persönlichkeiten als Narzissten. Da sich aber selbst die Fachwelt nicht immer so einig ist, wo narzisstische Züge aufhören und eine tatsächliche narzisstische Persönlichkeitsstörung anfängt, werde ich diese Worte meiden. Denn am Ende ist es für dich nicht wichtig, eine Diagnose zu stellen, sondern dieses perfide Spiel, welches giftige Menschen mit dir spielen, zu durchschauen und dich von ihnen dann entsprechend distanzieren zu können. Heute soll es erstmal um den Typen der beiden gehen, der sich leichter erkennen lässt. Denn der ist von seiner Großartigkeit so überzeugt, dass er sie ganz offen zur Schau trägt und alle daran teilhaben lässt. Was beiden narzisstischen Persönlichkeitstypen übrigens gemein ist, ist, dass sie beide oft und gerne Geschichten über sich und andere erzählen, die ebenfalls durch keines der drei Siebe von Sokrates passen und das wird dir wahrscheinlich schon im ersten Merkmal, was ich dir heute mitgebracht habe, auffallen. Das erste Merkmal Dieser offene, giftige Persönlichkeitstyp ist ziemlich extrovertiert. Er tritt selbstsicher auf und er steht wahnsinnig gern im Mittelpunkt. Er oder sie hält sich für überdurchschnittlich attraktiv, überdurchschnittlich talentiert und natürlich überdurchschnittlich erfolgreich und generell für etwas besser als alle anderen um ihn oder sie herum und sagt das auch ganz offen, Das können die anderen nämlich ruhig wissen, wenn es ihnen nicht schon selber aufgefallen ist, wie großartig diese Person ist. Dieses Phänomen wird manchmal auch als Grandiosität bezeichnet und es ist ihre vermeintliche Grandiosität, von der diese Menschen glauben, sie erlaube ihnen jedes Verhalten und jede Form der Ausbeutung. So nach dem Motto, wer so großartig ist wie ich, dem steht das nämlich auch zu, andere auszubeuten und sich eben immer vorn anzustellen. Meistens sind diese Menschen eine sehr schillernde Person. Diese Art von Person, die einen Raum betritt und sofort alle für sich gewinnt. Sie wirken also erstmal super sympathisch und super sicher. Bei genauem Hinsehen sind viele von ihnen jedoch sehr eitel, wenn auch nicht alle. Ein wesentliches Merkmal ist auf jeden Fall diese übertriebene Zuschaustellung der eigenen Wichtigkeit und Einzigartigkeit. In der Regel ist dieser Typ auch sehr ehrgeizig und er erreicht tatsächlich meist auch viel, aber das eben nicht unbedingt, weil er sich tatsächlich erarbeitet, sondern eher, indem er andere geschickt benutzt und für sich arbeiten lässt und dies jedoch beim Feiern der Erfolge später total vergisst zu erwähnen und sich eben mit der Leistung der anderen brüsten. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus meinen Coachings, wo eine Angestellte eine rettende Idee gehabt hat für das Unternehmen. Das war nämlich ein Saisonunternehmen und es war ein Saisonunternehmen in München, wo es zu dieser Zeit gar nicht so einfach gewesen ist, gutes Personal zu finden. Dazu kam, dass diese Stelle naturgemäß, das ist ja oft so bei Saisonbetrieben, die halt hätte im schlimmsten Fall jedes Jahr neu besetzt werden müssen, weil die Mitarbeiter und vor allem der Mitarbeiter, um den es da ging und den dieses Unternehmen eigentlich unbedingt halten wollte, weil die eben oft dann, während keine Saison war, irgendwas anderes gefunden hatten und dann eben oft auch nicht wieder eingestellt werden konnten, wenn die Saison wieder angefangen hatte. Der Besitzer dieses Unternehmens war also lange auf der Suche nach einer Lösung, um diesen Mitarbeiter halten zu können und diese Angestellte, die eben auch relativ neu im Team gewesen ist und auch noch relativ jung und eine Assistentenposition hatte, hatte am Ende die rettende Idee, denn sie schlug vor, einen Vertrag aufzusetzen, der im Prinzip das ganze Jahr diese Person anstellt, dass ein regelmäßiges Gehalt gezahlt wird, damit die Person sozusagen gar keinen Grund hat, sich eine andere Stelle zu suchen, dafür aber quasi diese geballten Boni, die es dann in der Saison gab, auch über den Rest des Jahres gestreckt wurden. Also ergo für die Firma waren es jetzt nicht so viel höhere Mehrkosten, für den Angestellten war es super, weil er eine Sicherheit hatte und sich dementsprechend gar nicht nach einem neuen Job für das Ende der Saison umgucken musste und alle waren zufrieden. Als dann beim entscheidenden Teamgespräch das vorgebracht wurde, waren natürlich alle erleichtert und super begeistert von dieser Idee und der Chef dieses kleinen Unternehmens hat dann tatsächlich in Anwesenheit der Assistentin, deren Idee es ja war, und in Anwesenheit aller anderen Firmen zugehörigen Personen behauptet, dass es seine Idee gewesen ist und hat sich dafür dann tatsächlich auch ordentlich feiern lassen. Das zweite Merkmal Ausbeuterisches Verhalten Auf der Arbeit meist offensichtlich in Form von unbezahlten Überstunden, Druck durch Überwachung, durch Kleinmachen und gerne auch mal durch das Ausspielen der Mitarbeiter gegeneinander. Ja In einer Beziehung fällt dieses zweite Merkmal oft erst sehr spät auf. Die offen, giftige Person ist geizig, rechnet alles natürlich zu ihren Gunsten auf und entschuldigt sich nie. Entweder, weil sie von der Richtigkeit ihrer Handlung überzeugt ist oder, weil sie glaubt, ihr stünde alles Materielle und eine Art, ja, moralische Erhabenheit zu und dass es dementsprechend natürlich auch selbstverständlich ist, dass du alles für sie hergibst innerhalb dieser Beziehung. Egal, ob das um deine Energie geht, weil du den Haushalt komplett alleine schmeißen musst oder dein Gehalt für das gemeinsame Leben komplett drauf geht oder ob es deine Wünsche und Träume sind, für die es neben den Wünschen und Träumen des giftigen Partners eben leider keinen Platz innerhalb eurer Beziehung gibt. Beispiel wäre hier die Nachbarin, von der du in der anderen Folge über toxische Positivität schon mal gehört hast, auf dem Einsiedlerbauernhof, wo ich gelebt habe, die das zum Beispiel drauf hatte mit dem Bauern, mit dem sie da auch so ein bisschen einen Techtel-Mächtel hatte, sich die ganzen Einkäufe, die ganzen Lebensmitteleinkäufe von ihm bezahlen zu lassen. Sie hat oft zusammen gegessen und gekocht. Das war so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, logische Grund, warum er einkaufen gehen musste für beide. Sie hat es also alles ihnen zahlen lassen und dann hat er mir tatsächlich erzählt, dass er sie darauf angesprochen hat, dass er sie darum gebeten hat, sich an diesen Kosten für die gemeinsamen Mahlzeiten zu beteiligen. Und die Reaktion von ihr muss wohl ziemlich angefressen gewesen sein. Wut und Rage und sie hat ihn dann halt so klein gemacht und ihm auch so ein bisschen wirres Zeug vorgerechnet, dass er dann am Ende auch aufgehört hat zu diskutieren, weil er sich, glaube ich, selber gar nicht mehr so sicher war, ob das überhaupt fair wäre, die Hälfte der Lebensmittelkosten auch von ihr einzufordern. Also, das ist ein ganz markantes Merkmal und es ist umso auffälliger, weil es eben oft nicht nur so ist, dass solche toxischen Menschen wollen, dass andere für ihre Kosten aufkommen, sondern eben umgekehrt jeden Cent zurückverlangen. Das dritte Merkmal Das dritte Merkmal ist eine extreme Launenhaftigkeit. Diese Art toxische Person kann sehr charmant sein. In der Regel sind sie das nur so lange, bis sie sicher sind, die Beziehung, Freundschaft oder das Arbeitsverhältnis ist nun gefestigt genug. Sie haben dich genug eingewickelt sozusagen. Und dann kippt die Stimmung ganz plötzlich und immer öfter. Du bekommst das Gefühl, auf Eierschalen laufen zu müssen und dir lieber erst dreimal überlegen zu wollen, was du sagst oder was du fragst, weil dein Gegenüber so empfindlich ist und eventuell gleich wieder explodiert oder dich als inkompetent darstellt. Vor allem auf Kritik reagiert so ein giftiger Mensch absolut aggressiv und natürlich mit Ablenkung, die meistens auf all das zielt, was du angeblich getan oder falsch gemacht hast oder besser noch, warum du jetzt schuld bist, dass diese Person getan hat, was du ihr zum Vorhof machst oder dass sie jetzt so schlecht gelaunt sein muss. Wegen dir. Das vierte Merkmal ist eins, was sich vor allem, aber nicht nur in Partnerschaften finden lässt. Manchmal findet man es auch in Freundschaften oder bei Menschen, die aus anderen Gründen eng zusammenleben. Giftige Menschen sind in Partnerschaften eher auf der Suche nach einer Mami oder einem Papi, der oder die alles für sie macht und erledigt und plant und umsetzt und aufräumt und bezahlt. Das hatten wir ja gerade schon. Sie sind auf der Suche nach jemanden, den sie für einfach alles verantwortlich machen können. Dafür, dass sie pünktlich morgens aufstehen, dass jemand irgendwelche Dokumente hier vorbeibringt oder dafür sie abholt und sogar ihre Konflikte mit anderen für sie klärt. Und so findest du dich vielleicht sogar plötzlich dabei wieder, andere zu beschwichtigen und Entschuldigungen für das Verhalten deines Freundes oder deiner Partnerin zu finden. Wie eine Mutti oder ein Papi, der sich für das Benehmen seines Kindes rechtfertigen muss, manchmal noch einfach, weil du dich selbst dafür so sehr schämst und vielleicht sogar Angst hast, das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin könnte auf dich zurückfallen. Fünftes Merkmal Was eine Beziehung, eine Freundschaft, ein Arbeitsverhältnis mit Menschen dieses Schlags außerdem so toxisch macht, ist, dass sie stets die Quelle für alle Beziehungsprobleme bei dir sehen und niemals müde werden, dich daran bei jeder Gelegenheit zu erinnern. Du bist nicht nur für alle Investitionen und Organisationen verantwortlich, sondern natürlich auch für alles, was schiefläuft. Sie selbst geben nie Schuld zu und entschuldigen sich selbstverständlich auch nicht nach einem Streit. Bei einer Auseinandersetzung schaffen sie es immer, sich als Opfer und dich als einzigen Sündenbock hinzustellen. Und je länger du mit diesen Menschen in einer Beziehung bist, egal ob Freundschaft, Job oder Partnerschaft, umso wahrscheinlicher ist es, dass du das alles auch irgendwann glaubst und anfängst, an dir selbst zu zweifeln und daran, was du eigentlich für ein Mensch bist und wie viel von dem emotionalen Schaden, den du angeblich anrichtest, du vielleicht gar nicht mitbekommst. Hierzu hast du ja schon ein ganz ausführliches Beispiel gehört in der letzten Podcast-Episode mit dem Freund von Larissa, der dieses Schuldspiel auf jeden Fall auch ziemlich gut beherrscht hat. Das sechste Merkmal Auch Neid ist eines der häufigsten Merkmale einer giftigen Persönlichkeit und das nicht nur in toxischen Arbeitsverhältnissen oder Freundschaften, sondern sogar auch in Partnerschaften. Oftmals wird sich das in abwertenden Kommentaren darüber, was der Nachbar sich schon wieder gekauft hat oder dass du einfach Glück hattest, statt dir deine Beförderung zu verdienen und so weiter äußern. Giftige Personen werden sich vor allem in einer Beziehung und in Freundschaften auch niemals für dich freuen können, solltest du mal ohne sie oder ohne ihn eine gute Zeit verbracht haben. Es sei denn, dein toxischer Kumpel oder deine toxische Partnerin versprechen sich irgendeinen Vorteil davon. Er oder sie wird die schönen Erlebnisse, die du berichtest, entweder emotionslos aufnehmen und keines Kommentares würdigen und vielleicht sogar einfach mit irgendeinem ganz anderen Thema anfangen, sodass du von deiner Freude ganz schnell wieder runterkommst oder sogar alles, auch die Menschen, mit denen du das Erlebte genossen hast, mit zynischen Kommentaren abwerten. Das siebte und letzte Merkmal, wo wir jetzt schon angekommen sind, ist das Ende mit Schrecken. Toxische Personen sind natürlich in erster Linie darauf angewiesen, dass ihre Maske niemals fällt. Also, dass niemand dahinter kommt, dass sie eben die Menschen um sich herum die ganze Zeit benutzen und ausbeuten. Dass sie eigentlich über alles und jeden die ganze Zeit schlecht reden. Und wenn sie merken, dass man ihr Spiel durchschaut und eben nicht nach ihrer Pfeife tanzt oder nach der Karotte, die sie einem vor die Nase halten. Beziehungsweise, wenn man es sogar wagen sollte, sie zu kritisieren oder ihnen das vorzuhalten, was sie da die ganze Zeit treiben. Dann muss man damit rechnen, dass es zu einem Kontaktabbruch kommt. Rechne aber auch damit, wenn du so jemanden enttarnst, beziehungsweise wenn sich so jemand von dir enttarnt fühlt, dass du eventuell eine Bedrohung für die Ausnehmestrategie von dieser Person darstellst und dass du ganz, ganz doll bekämpft wirst. Je nachdem, wie toxisch jemand ist, kann es sogar passieren, dass regelrechte Schmutzkampagnen gefahren werden, um die Person, die die toxische Person demaskiert hat, zu zerstören und vor allem, um sie unglaubwürdig zu machen, damit, wenn sie irgendwo erzählt, wie die toxische Person wirklich ist, ihr natürlich auch kein Glauben geschenkt wird. Das Beispiel, was ich dir hier mitgebracht habe, kommt aus dem sozialen Bereich und das betrifft oder betraf tatsächlich eine leitende Mitarbeiterin eines sehr, sehr bekannten Vereins. Das war eine Chefin sozusagen von einer Zweigstelle in einem Bundesland. Die narzisstische Mitarbeiterin, die in ihrer Toxizität dann enttarnt wurde von dieser Vorgesetzten, hat es dann tatsächlich geschafft, über Kontakte und vermutlich auch über viel, viel giftige Arbeit eine Schmutzkampagne ins Leben zu rufen, die dann sogar durch die Medien gegangen ist. Und die dieser Frau, eine Stasi-Vergangenheit angehängt hat. Eine andere Variante, wie toxische Menschen sich Menschen entledigen, mit denen sie nichts mehr zu tun haben möchten, ist das sogenannte Discarding. Das ist Englisch für Abwerfen, so wie man Karten in einem Spiel halt abwirft, wenn man sie nicht mehr braucht. Und ja, das ist halt im Wesentlichen das, was passiert. Wenn die giftige Person sich von dir nicht bedroht fühlt oder so, aber wenn du ihr eben auch nichts mehr nützt. Ganz hochgradig toxische Personen, die pflegen ja keine Beziehungen, Freundschaften oder Kollegialität, weil ihnen das Herz aufgeht, sondern sie machen das, weil sie einen Nutzen daraus ziehen wollen. und in dem Moment, wo sie sehen, dass jemand ihnen nicht mehr nützlich ist, wird es ja anstrengend, nett zu diesen Leuten zu sein und so. Und deswegen hört man dann von der toxischen Person einfach gar nichts mehr. Was natürlich auch psychisch echt schädigend sein kann, wenn es sich um tiefergreifende oder um vermeintlich tiefergreifende Verbindungen gehandelt hat. und derjenige, der einfach abgeworfen wird oder diskredit wird, sich überhaupt nicht erklären kann, warum auf einmal der Kontakt ohne jegliche Angabe von Gründen abgebrochen wird. Vor allem Freunde oder Partner von toxischen Menschen, die nicht rechtzeitig den Absprung zur Trennung schaffen, wird diese Beziehung an ihre psychischen Grenzen bringen. Toxische Menschen dieser Art sind niemals zufriedenzustellen. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie deine vermeintliche Unzulänglichkeit ganz bewusst immer wieder als Druckmittel einsetzen, damit du dich noch mehr anstrengst für sie und noch mehr machst oder gibst. Und für von Burnout Betroffene ist das deshalb auch so eine krasse Falle. Da sie oftmals Leute sind, die gerne geben, die gerne helfen und die andere bedingungslos unterstützen und die sich Kritik, vor allem was die eigene Leistung angeht, meistens auch sehr zu Herzen nehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich nicht von dem beeindruckenden Verhalten deines Chefs oder Partners oder deiner Freundin blenden lässt, und immer auf deine Intuition hörst. Die Fassade von toxischen Menschen braucht nämlich oft etwas länger, bis sie bröckelt, als deine Intuition braucht, um dir zu melden, dass hier irgendwas komisch ist. Freunde und Familie, die dich aufrichtig lieben, können dir helfen, indem sie dich spiegeln und das durch die toxische Person verzerrte Selbstbild wieder entzerren. Oft hilft Betroffenen nämlich die Meinung Außenstehender, die Situation ein bisschen objektiver wieder einzuordnen. Schließlich ist ein giftiger Mensch Meister im Manipulieren und darin, dir ein negatives Selbstbild zu vermitteln. Der Umgang mit toxischen Personen und sich ihnen entgegenzustellen, braucht manchmal ein bisschen Überwindung und auch einige Kraft. Das Mantra der Woche soll dich bestärken. Meine Energie gehört mir. Toxische Menschen versuchen sehr oft, diejenigen, deren Energie sie aussaugen wollen, von allem abzulenken und fernzuhalten, was ihnen Kraft gibt und was ihr Selbstwertgefühl steigern könnte. Gute Freunde oder Familienmitglieder, die sich sorgen und dir eventuell spiegeln, dass dieser giftige Partner oder Freund dir nicht gut tut oder du gar nicht so faul oder ignorant oder dumm oder geizig bist, wie er dir vielleicht weismachen will, sabotieren ja quasi die Arbeit, die dieser giftige Mensch sich macht, deswegen ist die Sabotage deiner sozialen Kontakte so wichtig für ihn. Der wichtigste Tipp in Sachen toxische Menschen, den ich für dich habe, ist der Lass es nicht zu, dass eine toxische Person dich von sozialen Kontakten und Unternehmungen, die dir guttun, fernhält. Und bevor ich zum Ende komme, hier noch was in eigener Sache. In letzter Zeit haben sich euer Lob und die Anfragen nach meinem Spendenkonto für diesen Podcast wieder gemäht. Das ist super süß von euch, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist wunderbar zu lesen, dass ich so viele da draußen erreichen konnte und dass dieser Podcast tatsächlich weiterhilft. Ich habe leider kein Spendenkonto, aber ich habe jetzt was anderes gefunden, was ich persönlich eigentlich auch ganz cool und ein bisschen individueller oder auch persönlicher finde. Und zwar ist es die Wishlist von Amazon. Das ist eine Wunschliste mit Kleinigkeiten und sogar auch Großigkeiten, die ich fürs Büro zum Arbeiten oder als Nervennahrung zum Entspannen oder 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 brauchen kann. Und ja, ich habe jetzt gefühlt so 1000 Jahre auf Amazon gehangen und so viele auch preislich unterschiedliche Dinge da drauf gepackt auf diese Liste, wie mir eingefallen sind. Das funktioniert so. Wenn du einer von den herzigen Menschen bist, die wegen der Spenden angefragt haben, dann kannst du jetzt auf den Link im Beschreibungstext dieser Episode klicken und wirst direkt zu meiner Wunschliste auf Amazon weitergeleitet. Du musst nur gucken, dass du dich vorher mit deinem eigenen Amazon Account einloggst, weil das sonst irgendwie nicht funktioniert und du die Liste nicht angucken kannst. Ansonsten sollte es ab hier eigentlich relativ easy sein. Du wählst ein Item von dieser Liste, welches du spenden willst, packst es in den Warenkorb zu den anderen Sachen, die du dir bestellen willst und prüfst dann nochmal vorsichtshalber die Lieferadresse für das Produkt, was du mir spenden möchtest. Eigentlich sollte dort automatisch schon die Adresse meines Büros drin sein und ja, dann klickst du kaufen und fertig. Und dann landet die Schachtel Eispralinen oder der Amazon Gutschein oder das Druckerpapier bei mir im Büro. Es verschwindet sogar automatisch von der Wunschliste, sodass das, was du gerade bestellt hast, von niemandem anders dann zeitgleich nochmal bestellt werden kann. Ich freue mich mega. Ich hoffe, dass es eine gute Alternative zu Geld spenden ist. Und ich sage auch nochmal danke für all diese Nachrichten. Ja, pass auf dich auf, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und bis übernächste Woche. Deine Susi Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020